Ich bin Elisabeth Brandau, ich bin professionelle Mountainbikerin und ich liebe es einfach mit immer morgen bei gültiger Natur und direkt zu fahren. High-End-Bikes brauchen auch High-End-Pflege. Heutzutage sind wir fast nur auf Carbonrädern unterwegs und natürlich im Rennsport haben wir das beste Material was es nur so auf dem Markt gibt und es muss natürlich auch dementsprechend gepflegt werden. Und ich schätze die Punox Carbon-Pflege ist einmalig um dein Fahrrad nicht nur schön zu pflegen nachdem es gewaschen ist, sondern auch schön glänzend zu haben. Denn du solltest auch immer schön sauber am Start oder zum Training stehen, dass du dein Fahrrad präsentieren kannst. Die Carbon-Pflege benutze ich meistens direkt dann nachdem ich mein Rad mit dem Bikewasher gewaschen habe von Punox, poliere ich mit einem Lappen ein und du wirst sehen, dass dein Rad einfach noch mal fast wie neu aussieht. Und auch mit einem dreckigen Fahrrad steht man eigentlich am Start. Deshalb ist es so meistens in Kombination mit dem Bikewasher und auch vor anderen Events kommt die Carbon-Pflege mit bei mir in die Servicebox rein. Die Welt ist überhaupt nicht wichtig. Das ist genau wie ein Verwurzel-K Sempre. Die Welt. Die Welt. Sie sind so am Anfang an. Sie sind so am Anfang an. Sie sind so am Anfang an. Sie halten in der Welt.